Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, ich habe die Inszenierung 2013 auf Arte gesehen und gehört und war begeistert. Bartoli ist eine tolle Kleopatra, Scholl ist weniger steif als sonst manchmal, und ja Rusty und von Otter sind besonders zusammen wunderbar. Für Liebhaber traditioneller Inszenierungen ist das hier sicher nichts, aber ich mag moderne Fassungen. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.